Ahoi Leute, willkommen zum nächsten Part von Unturned. Ähm, ich bin jetzt wieder hier mit den Verrückten. Ich habe mich einmal gesuicided, weil ich zweimal beim scheiß Flughafen war und dann bin ich gestorben und jetzt bin ich wieder hier. Ich habe meinen Rucksack wieder, weil ich einen Katana gefunden habe und... Kiesche erschreckt mich nicht so! Sorry! Was ist das? Du siehst aus wie ein scheiß Zombie! Mit dem Pocketknife kann man übrigens auch craften. Ja, damit kann man Sticks zu... Dringend was zu trinken. Sonst sterbe ich ziemlich schnell. Ich habe dir eine Milch gedroppt! Wo? In der Pharmacy! Sorry, habe ich nicht mitgekriegt! Ich bräuchte auch mal dringend was zu trinken, weil ich bin auch fast tot. Ich habe gerade was gefressen. Die Chili, die mir Freddy gedroppt hat. Hier liegt übrigens eine Adrenalin rum jetzt. Ja, nehmt mit halt, ne? Wollen wir noch kurz unser altes Lager looten? Ja warte, ich loote auch gleich noch hier so ein Haus nebenan. Das hier ist übrigens unser altes Lager gewesen. Was wir ziemlich lange eigentlich hatten. Und jetzt neu angefangen haben. Hier liegt nur eine Applejuice-Box. Ja, ich habe Applejuice. Oh, geil. Gleich mal getrunken. Ich nehme übrigens gerade die Waffe, weil ich dann was sehe. Kiesche, das ist mein Boot. Guck! Ich guck nur was da liegt, keine Sorge, ich nehme dir nichts weg. Freddy, loot du erstmal unsere alte Basis. Ich loot die restlichen Häuser am Dorf. Oh, geil! Licht! Kartana ist One-Hitten übrigens mit Rechtsklick. Das ist geil. One-hitten sie immer noch? Ja. Freddy, du hast Moldi Tomato, ne? Hier liegt noch einer. Und nochmal Civilian Bullets. Kiesche, da ist ein Coyote. Oder zumindest ein Traveler. Oh, oh! Äh, sie ist ein Traveler, aber egal. Ist egal, das reicht auch. Hast du gerade geschossen? Ja, ich habe gerade geschossen. Ich habe 5 HP, ich habe 5 HP. Wo bist du? Du hattest 5 HP. Was ist das? Was ist das? Scheiße! Ich habe einen Schuss gehört. Meiner. Scheiße! Dann bist du nicht weit weg von uns gespawnt. Ja. Zum Glück. Ja doch, die hat man um die ganze Map. Oh. Das ist jetzt doof. Oh nein, ich bin jetzt da. Glaub ich. Ja, man hört die Schüsse wirklich ziemlich weit. Oh, Kiesche, P90. Oh, fuck! Du Hurensohn, Alter. Ich bin schon wieder fast tot. Also, ich bin gleich wieder da. Äh, hier liegt dann eine Moldi Potato. Also... Potato? Ja. Ja, nimm die mit oder so. Eine Tomato liegt hier aber auch noch irgendwo rum. Oh, hi! Ja, scheiße, die Tomato. Ich habe bestimmt einen schon. Ja, ich bin nackt. Hi. Oh, jo, lass mich dich mal angucken. Oh, jo, gleich mal auf deinen Schritt zielen. Oh, warte, feb, 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 feb. Jetzt bin ich noch weißer als vorher. Ich habe eine Pickaxe gefunden. Leider ekelhaft. Ähm, okay. Ja. Da doppel ich mal meine Dual Component Rail. Oh, hier liegt ein Moldi Orange Juice. Gleich mal mitnehmen. Ich habe ja noch... Gleich mal mitnehmen und Echsen. Purification Tablets. Savage Drum? Was ist denn das? Savage? Ah, hier liegen viele tote Zornis. Savage war, glaube ich, für die AK. Also, ich habe gerade ein Trommelmagazin für die AK gefunden. Ein Trommelmagazin für die AK? Ah, ja. Hier liegt noch Moldi Cabbage. Da liegt sogar noch meine Leiche. Moldi Bottle Water. Karotten. Karotten hast du auch schon, ne? Ja. Hier liegt auch noch ein Kitchen Knife. Ähm, hier sind übrigens Pfeile im Boot. Aber ich habe kein Pfeil zu legen. Äh, Kirschi hat die, äh... Kirschi hat den Bogen. Hatte. Hast du ihn verloren? Na, er liegt hier wieder. Ich wollte gerade sagen, du hast ihn in deine Leiche wieder wiedergegeben. Hier hinten im Grün. Okay. Ich habe einen Cornseed. Ich habe einen Cornseed. Ich habe einen Cornseed. Na und? Und einen Cabbage Seed. Und einen Cabbage Seed. Und einen Cabbage Seed. Aber den kann ich nicht mitnehmen. Scheiße. Schön. Ich glaube es. So, erst mal wieder ein bisschen Erfahrung. Mach ich Survival nochmal hoch. Und dann nochmal. Bin ich jetzt echt der Einzige, der noch nicht gestorben ist? Glaube. Das wird... Doch, du bist doch schon gestorben. Wann denn? Mhm. Ich bin noch nicht gestorben, Freddy. Ich habe... Äh, 123 Skillpunkte. Hecker. Ich bin bestimmt noch nicht gestorben. Wieso? Wie sagst du? Weil... Ich hatte in meinem ersten... Also in meinem ersten Leben, wo ich ziemlich lange gelebt habe, hatte ich... Ähm... Allein schon 100, glaube ich, oder 90. Und jetzt hatte ich schon wieder 50. Ja, du hast ja auch am Anfang ein bisschen getötet, als du auf dem Weg zu Dings warst. Ähm... Ich hab 5 Summys oder so getötet. Ich hatte 9 Skillpunkte. So, was mach ich noch? Ich mach noch Warrior hoch. Und dann mach ich nochmal... Ähm... Den da hoch. Ich hab jetzt keine Skillpunkte mehr. Doch 8 hab ich noch. Aber... Hm... Ich würd sagen, wir gehen da gleich zur Farm und looten dann da. Und bauen uns da dann eine Basis auf. Ja, ich bin jetzt gerade in der Laundry. Weil ich gerade alles noch loote. Weil ich halt immer noch fast tot bin. Ja, ich geh nach dem Gebäude gegenüber. Tja! Was ist los? Plötzlich Zombie. Das ist dem nichts. Kriegst du ihn tot? Ja, ich krieg ihn schon tot. Bin nur erschrocken, bis zum geht nicht mehr. Ich will nicht so viel schießen mit meiner Waffe. Ich hab fast keine Munition mehr. Ich hasse das in diesen Häusern immer noch so scheiß Klamotten spawnen. Ja, Mann. Ich bräuchte Pfeile. Äh, hier ist ein Dixi-Hit. Äh, Kishi, da waren drei Pfeile hinten im Boot, wie ich gesagt hab. Oh. Ah, gut, dass du ihn getötet hast. Das ist bitter, ein Magic Cloak! Ein Umhang. Ich nehm mal nen Rack. Mach das mal. Ich bräuchte übrigens immer noch mehr Leben. Ich hab 85, also ich hab nix auf Leben. Oh Gott, ich brauche ja was zu trinken, was zu essen! Ich hab 80% Hunger. Ja, dann hättest du das vielleicht vorher sagen sollen. Ich hab ne Granola Bar. Der macht glaub ich 15 oder so. Kishi, bist du fertig? Bald. Ähm, wo ist mein Bonjour Clip? Da? Machst du schon einen Pizzaladen? Äh, ja. Äh, also in welchem, wo war das nochmal? Die Pfeile? Ja, woher kommen? Ähm, im Boot hinten. Irgendwo. Ich glaub oben oder ähm, ähm, äh, linken Container. Ähm, linken Teil. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Tömmel. Uh, dann lasst uns erst mal weiterfahren. Hab ich eigentlich jetzt schon was an. Ja, du kommst gleich mit. Stell ich mir nicht so an. Ich muss jetzt aber erst mal mein Inventar leeren. Ich hab so viel Scheiße wieder dabei. Freitag, wo bist du? Ähm, ich bin hier grad im Laden, hätt ne Karte auf. Oh, hier ist ein Zombie gespawnt. Can pasta win. Moly bottled water. Drei Pfeile. Won the game. Freddy, hol mal unser Auto bitte her. Ich stell mich so lange mal ins Stor. Die Ferdeklangenwagen ist übrigens leer. Ah. Ähm, das ist Munition. Was hast du jetzt alles mit? Also an, an Karotten und sowas. An, an... Wo soll ich parken? Egal. Super. Ähm, ich habe viermal Moly Carrots, zweimal Moly Corn, dreimal Moly Tomato. Du hast gesagt, aus nem Bottle Water und ner Can kann man, äh, ne Water Can machen, ne? Ja, ne Canteen. Geil. Dann mach ich mir jetzt ne Canteen. Weil ich hab eine Moly Bottle Water und einmal Purification Tablets. Jetzt mach ich mir ne Bottle Water. Und dann nehm ich diese Bottle Water und klop die hier rein mit ner Can. Jetzt hab ich ne Canteen. Ja, Mann! Geil! Canteen für mich! Läuft bei dir. Läuft bei dir, Kay. Hier liegt noch ein Kitchen Knife. Ist die jetzt auch schon voll, ja, ne? Äh, die pack ich mal auf den ersten Slot. Und saufst du gleich mal raus. Ich brauch noch was zu essen. Hat noch irgendwer von euch was zu essen über? Nope. Kishi, wo bist du? Ich plan auf dem Boot. Ich komm jetzt runter. Ja, ich komm jetzt auch noch mal kurz zum Boot, weil man da ja Wasser auffüllen kann. Ich hoffe, man kann immer noch jedes Wasser auffüllen. Ich denk mal schon. Das wär schon sexy. Ist irgendwas vielleicht Neues in der Farmerssee gespawnt? Würde ich gleich auch gucken. Guck mal, wie lange wir noch haben. Wir haben noch zwei Minuten etwa. Er fährt sogar. Wer? Der Polizeiwagen. Wie viel Prozent? Sieben. Naja, zu wenig. Schade. Ich brauch was zu essen. Äh, wir könnten uns ein Lagerfeuer craften. Äh, Keyshirt, Cash, Pasta. Ich hab sonst noch Fleisch mit. Wir könnten uns ein Lagerfeuer craften. Warst du schon in der Farmerssee jetzt? Ich? Ja, Farmerssee ist noch leer. Hier liegt übrigens noch der Bonshow Club, hab ich gerade gesehen. Wo, 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 wo? Hier mitten auf der Straße. Hier. Ist noch mal voll? Ist übrigens Straße. Ich weiß nicht. Er ist leer. Oder? Ist er leer? Warte mal. Er ist relativ leer. Einen Schuss, glaub ich. Haben wir mal hinein einen Schuss. Ja, besser als nett. Ne, er hatte null Schuss. Ich hatte noch einen mit einem Schuss im Winter. Ja, ich bin schon fast da. Ich leuchte übrigens auch noch von innen hier rein, weil ich hier meine Helme drauf hab. Wenn da... Oh Gott, ist das hier drin hell. Ja, wegen meinem... Ich hier. Oh, tatsächlich. Ach du Scheiße ist das hell. Okay, ich schieße jetzt hinter dir. Was, wie? Ja, wie hast du... Mal. Was war das jetzt? Wollen wir die erste Farm oder die zweite Farm nehmen? Äh... Freddy, halt mal bitte kurz an. Was ist passiert? Ich glaub ich hab irgendwas rausgeschmissen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Nein, der schaut nicht so aus. Das macht man mit F... Aber ich hab auf F4 gedrückt. Ich hab auf F4 gedrückt, nicht mit auf 6. Ich wollte auf F6 drücken und hab auf F4 gedrückt. Oh, F4, sie lasst das. Okay, ich... Oh Gott. Ist so warm. Ja. Ich würd sagen, wir nehmen die erste Farm, die da auch getankt ist. Okay, ich bin's wieder hinter dir. Ja. Bin ich auch für. Ja. Ich hab ja auch noch zwei ähm... Dings dabei. Sag Bescheid, wenn wir da sind. Nee, ich seh nichts. Mir ist grade aufgefallen, ich hab mit F4 meine Aufnahme beendet. Super, auf jeden Fall. Gut mitgedacht. Ich hab's mit F2. Ach du Scheiße. Dreck mich halt zu Tode. Ich hab daneben geschossen, leider. Wir sind gleich da. Läuft bei uns. Bleibt am besten direkt auf dem Weg stehen, dass wir hinlaufen und wieder zurücklaufen. Weil dieses Ding ist halt echt nervig zum Drehen. Jetzt sind 10 Minuten rum. Todesnervig ist diese Scheißkarre zu drehen, Alter. Okay, dann ist los. Okay, bin ab. Auf, auf und davon. Auf, auf und davon. Auf, auf und davon. Auf und davon. Au, Kishi! Ich hab dich nicht gebissen. Ich hab versucht ihn zu schlagen. Ich kann nicht. Ich hab ihn geschlagen. Au. Jetzt. Civilian Bullets, Schottgemeinde. Keine, äh... Nochmal Civilian Bullets, Schottgemeinde. Nochmal Civilian Bullets, Schottgemeinde. Thank you. Bist du tot? Nein. Ich hab das Snare gefunden. Carrot Seeds. Hier liegt die Civilian Bullets. Wollen wir jetzt hier wohnen bleiben? Ich würde sagen, wir wohnen hier. Äh, hier ist ein Snare. Ich kann die Civilian Bullets gar nicht aufgeben. Ich schon, ich hab schon drei. Ne, ja. Ähm, hier liegen auch Carrot Seeds. Hier liegt eine Pickaxe. Pickaxe können wir zu meinen nehmen, die nehme ich auch mal mit. Hier liegt gar nichts. Oh, man kann hier, man kann hier auf dem Boden nichts anpflanzen. Man muss das extra hier draußen machen. Weil ich sag, ich brauche hier den Garten hin. Okay, gut. Ist in dem Brunnen irgendwas cooles? Nein? Kann man, äh, guck, äh, guck mal, ob man den Brunnen auffüllen kann. Die Gaskern. Haha. Ähm, ich würde sagen, wir füllen jetzt unsere Gaskerns nochmal auf. Ich hab ein bisschen wenig Munition. Und dann? Weiß ich noch nicht. Ich guck mal nach, ob man immer bei dem anderen seine Canteen aufkommt. Ja, das wollte ich gerade wissen. Füllen kann. Warum willst du das wissen? Achso, wegen... Ja, okay, das ergibt Sinn. Sonst müssten wir immer zum Wasser fahren, um was zu treten zu holen. Full. Empty. Wir sind auch Civilian Bullets? Ne, kann man nicht. Der Brunnen ist aber auch leer. Ne, kann man nicht. Das ist doof. Das ist jetzt doof, ja. Ist die Farm vielleicht doch kein so geiler Ort. Wobei, wir haben hier kurz entferntes Meer, ne? Naja, da hinten ist direkt Wasser, also... Ja. Ich muss meine Brightness mal ein bisschen höher stellen. Hey, Freddy, machst du bitte das Licht beim Auto aus? Hier liegen nochmal Civilian Bullets. Okay, danke. Mach du das Licht aus. Du bist Fahrer. Aber ich hatte die ganze Zeit gesagt, hier liegen überall Civilian Bullets rum. Geil, ich hab jetzt schon vier Stück. Ich füll jetzt erstmal alle meine Bonjour Clips auf. In Dingen in der Scheune waren, glaub ich, auch noch welche. Ja, die hab ich schon. Okay. Ich füll jetzt erstmal einen Pack, äh... Oh Gott! Das haben wir gehört. Jetzt hörst du nicht mehr. Gruppschuss. Man kann übrigens jetzt aufs Dach klettern. Auf welches Dach? Von der Scheune. Wie? Oh, hi! Cool. Ist da ein Leiter dran oder was? Ja. Cool. Ich brauch was zu trinken. Wir müssen gleich mal zum Wasser fahren oder so. Krieg ich hier nicht die Bogen verschießen. Ich hab eh schon vorhin alle verschossen. Das geht so. Gut gemacht. Ah! Ich lad mal erstmal kurz meine Bonjour Clips auf. Ja, wir wissen, dass es Munitionsverschwendung der übelsten Sorte ist. Danke. Ja. Wir machen das so. Oh mein Gott! Ich hab Pfeile gefunden. Gut. Äh, falls du Crossbow findest, der ist auch geil. Der hat sogar ein Visier drauf. Ich weiß nicht, ob du auf deinen normalen Bogen ein Visier drauf machen kannst. Äh, hat irgendjemand schon... Ist das man geskillt? Äh, ne. Du denk ich. Ach ja, du bist ja gestorben. Ich hab gar nicht geskillt. Scheiße. Ah, ich kann glaube ich. Warte. Wie kann man skillen? Äh, auf Skill. Mal. Ich brauch noch 30 Punkte, dann könnte ich... Also hier. Ah, ich kann, ich kann skillen. Kann skillen. Seh ich gerade. Hast du 50 Punkte an Skill of Craft, man? Ich hab 30. Ich hab 34, ja. Scheiße, hat er daneben geschossen? Frisch mal ein bisschen Holz gefarmt. Man braucht für die Kist... Also um eine kleine Kist, braucht man nämlich schon ähm... Was? Falls man mich übrigens panisch auf meine Plastatur rumdrücken hört, ich töte grad Zombies. Äh... Ich war übrigens... Ich war grad ein bisschen verwirrt. Man braucht ähm... Um eine Kiste herzustellen, ähm... Craftsman 1. Weil das zum erweiterten Crafting geht, aber... Ja, das ist einfach so. Das hat keinen besonderen... Ist auch ein bisschen anstrengend. Ähm, wir müssen übrigens demnächst mal zum Wapsar gehen. Mit einer Cantine. Ich weiß. Ich hab auch schon nur noch 7. Ich hab auch schon wieder 7. Du hast... 7. Vor viel. Ich hab 45, du hast 38 Hunger. Ich hab 85 Hunger leider. Aber wir können ja auch mal handen gehen. Also Tiere töten gehen. Dann kriegen wir auch was zu essen. Ja, tut mir leid für alle Vegetarier unter euch und Veganer und Baumfresser und... Was gibt's noch ekelhaftes? Frutarier? Frutarier haben wir in diesem Spiel überhaupt keine Chance. Was sind Frutarier? Die essen nur Sachen, die vom Baum gefallen sind. Also, die man nicht gepflückt hat oder so. Die einfach nur runtergefallen sind. Soweit ich das weiß. Wenn ich das nicht richtig im Kopf hab, dann bitte verbessert mich. Aber ihr Frutarier, ne? Was? Ich muss ja mal sagen. Früchte haben auch Gefühle. Weißt du, die fallen erst schmerzhaft vom Baum. Stell dir das mal vor. Du bist so ein Apfel. Hängst da. Denkst an nichts böses auf einmal. Bam! Dann knallst du voll auf die Erde. Das muss ein Schock fürs Leben sein. Ey. Entschuldigung, aber sonst reg ich mich auf. Ich brauch übrigens noch einen Kill oder so. Ja, hat jemand Moldi-Moldi-Potatoes? Ich hab alles in Moldi mit, Freddy. Ich hab alles in Moldi mit. Ja, dann mach aus einem Steeds und pflanze die mal ein vielleicht. Ja, warte. Ähm, vor dem Ding liegen übrigens drei Gas-Cans. Ich hab Carrot-Seed, Potato-Seeds. Liegt alles vorm Brunnen, okay? Leggfisch? Nur bei mir oder lag ich? Du lagst. Ihr laggt beide. Ich glaub liegt an mir. Ja, wahrscheinlich liegt sie dann, Kirschi. Weil, äh, Jenny meinte gerade ihr Internet ist weg. Ja, das Server laggt auch ein bisschen. Jetzt geht's aber wieder. Ja. Nee, geht doch nicht. Ja. Liegt alles vorm Brunnen, Freddy. Ja. Kirschi, warum drobst du hier Moldi-Bottel-Water? Und ein Juri-Magazin? Das Juri-Magazin ist leer. Ah, okay. Oh, das ist... Kann ich die verwenden? Ähm, nein. Du brauchst ein PDW. Dann kann ich sehr dro- droppen. Ja, kannst du auch. Eben. Okay, ich brauch ein Feuerchen. Ich brauch ein Feuerchen. Ja, dann, äh, hol dir eine Pickaxe. Boah, leck das, Alter. Kirschi. Sei bitte nicht so eine Hure. Können wir gleich mal zum Wasser gehen, bitte? Ich hab langsam so was. Bedankt euch bei Kabel Deutschland. Kabel Deutschland. Hat jemand Essen für mich? Ich bin fast am verhungern. Vielleicht. Ich bau grad an vielleicht. Ich hab 90% Hunger vielleicht. Kann das nur? Obwohl doch halt. Ich hab hier was. Ich hab ein Pasta. Du Hure. Hier. Sofort dein Essen und euch geschießt dich. Gönn dir doch. Ja, er braucht halt lange sie aufzuheben, ne? Norm. Also, ich hab irgendwie das Gefühl, dass, äh, ein paar Kirschiele auf der Schlechter mit seinem Internet als bei mir sonst. Ich mein, bei mir kann man wenigstens noch ein bisschen spielen. Pasta macht 30 Essen runter. Chani hat auch kein Internet mehr. Also, das heißt, Kabel Deutschland ist gerade wieder am Huren. Um Huren. Ja, ich hatte Pickaxe. Ich weiß, die lag oben. Ich hab auch eine. Was bringt die? Ja, ich hab die auch nicht von hier. Ach ja, Stones. Nee, keine. Kann man Gesteine abbauen vielleicht, um Feuer zu machen? Ja, stimmt. Ja, wir brauchen aber auch noch Steaks. Du hast die einzige Angst. Alter, ich hab hier alles. Ich hab schon, ich hab schon drei Bäume gefällt. Alter. Alter. Alter, ich reib halt maßlos. Wir haben keine Handshots zum zerschneiden. Der Dingens. Hier ist noch ein Cabbage. Ja, ich hab sowieso Steaks schon. Ach so, okay. Dann machen wir bitte. Ich brauch nämlich dringend was zu essen. 55 Durst. 47 Hunger. Wie viel Durst hast du? Was? Was möchtest du, Mister? Ich hab 66 Durst. Ja komm, lass mal runter zum Wasser gehen. Kurzes Trinken. Weißt du was? Ich leg einfach die Canty an den Brunnen. Dann könnt ihr euch selbst Wasser holen. Ich geh da nicht mit. Das geht auch, danke. Und Durst? Äh, ich hab 17 Durst. Ich trinke jetzt meine Canty leer und dann kriegt ihr die. Danke. Wie stark ist gerade Lad, Kishi? Ja wirklich, das ist anstrengend. Die setzt die Pflanze und wenn ich die nächste setzen will, dann kommt gerade die erste wieder. Ich hab übrigens keine Ahnung, was ich hier als eingepflanzt habe. Das ist die Pflanze hier einfach so. Oh, Gottes Willen. Oh, eins. So. Bin fast vom Schulgefahren gerade. Ich brauch übrigens immer noch Leben. Läuft. Kishi, bist du schon mit der Canty am Wasser? Ich bin schon auf dem Weg hin, ja. Welche Fotze von euch hat den Bonjour Club mit? Nee. Ich nicht. Boah, seid ihr am Lägen, Alter. Wissen. Kabeldeutschen FDW. Kabeldeutschen stirbt bitte. Ach, seid ihr schon. Okay, wo bist du? Am Wasser. Ich mach gerade all meinen Durst weg, dann geb ich dir. Freddy, hast du zufällig ein Fernrohr für mich, also ein Timer? Nein, und der Party ist übrigens auch vorbei. Ja, ich glaub jetzt hier noch die Canty, so. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Was auch immer bei euch gerade ist, bei uns ist gerade Nachmittag. Dann haut rein, tschüss. War's gut. Haut rein, tschüss. Tschau.